Wir haben hier das Thema, dass hier Kupfer geklaut wurde. So ist es halt, wenn man Schwabe ist und den dritten Baumarkt abklappen muss, um den Kompressor zu finden mit der richtigen Preisvorstellung und jetzt habe ich ihn doch mal gekriegt und jetzt geht es auf die Baustelle. Ja, das waren wir auch brutal. Da gab es jetzt Preisunterschiede bis zu 60 Euro. Der erste Baumarkt war super teuer, der zweite hat ihn leider nicht gehabt und der dritte war das Gerät jetzt tatsächlich 60 Euro günstiger. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's.